Ja Leute, ich weiß nicht, ob ihr mich überhaupt hören könnt. Aber jetzt geht es dann mal los. Das Wetter sieht zwar ein bisschen nach wegen aus, aber wir gucken mal. Ansonsten vertoge ich das alles nach. Die Kiste ist auch ein bisschen laut, ne? Bevor wir aber jetzt zum rüberfahren, werde ich erst noch meine Lieblingsaufgabe nachgehen. Einmal den Kreisel umkreisen. Weil das habe ich ja bisher nur zu Fuß gemacht. So, jetzt weiß ich schon wieder nicht mehr, wo ich bin. Ach, weiß ich schon. Die Frage ist jetzt eigentlich nur. Können wir überhaupt mal sehen? Ich hätte das, glaube ich, auch gerade ausfahren können. Aber, naja, fahren wir hier. Ja, hier waren wir überall schon zu Fuß. Ja. 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 Ty. Ich fahr jetzt mit euch mal langsam den Kribak 2 hoch. Ich weiß, der heißt anders. Mal schauen, wo der rauskommt. Solltet ihr nichts verstehen können, werde ich das alles nachvertonen. Dann sage ich am besten gar nichts. Und vertone das am besten gleich nach. Dann müsste ich ja die Fahrgeräusche auch mit rausnehmen. Dann wäre es ja auch doof. Okay, das ist jetzt nachvertonen. Wir fahren jetzt den River hoch. Hier war das Wasserfestival. Also der Markt. Und die Kiste sehr laut, muss ich sagen. Aber das liegt an der Klapperei. Ich muss da wahrscheinlich mal ein ganz neues Plastikgehäuse drumherum basteln. Weil das Ding scheppert, aber überall. Nicht unbedingt schön. Aber die Maschine hört sich einigermaßen vernünftig an. Auch wenn es sich jetzt nicht so an, wird man fahren. Also was ihr jetzt so hört. Äh, die Maschine ist sehr leise. Und hat auch jetzt benötigen Dampf. So, diese Testfahrt war schon mal nicht schlecht. Also ich denke mal, damit komme ich auch nach Camp. Und auf die Berge hoch. Aber es ist sehr laut. Ja, die Straße hier ist unter aller Sau. Achso, noch mal auf. Gestern, äh, ich habe ja gestern das Moppet noch mal zur Werkstatt gebracht. Die haben eine, ähm, ich denke mal das Ding heißt Rutschkupplung oder sowas. Diese Automatikgetriebekupplung, die da hinten drin sitzt. Und vorne noch die, auch was ausgetauscht. Einen neuen Lichtschalter hat das Ding gekriegt. Einen Thermometer, hätte ich weiter gesagt. Einen Tachometer neu. Äh, weil das ging auch nicht. Das Ganze hat sozusagen 130 Dollar gekostet. Äh, fand ich echt geschmeidig. Weil sowas in Deutschland, glaube ich, hätte... Weitaus mehr gekostet. Ähm... Auf jeden Fall läuft die Kiste jetzt einmal frei. Wie gesagt, bitte auch, dass wir klappern. Das muss man noch abstellen. Mal sehen, ob ich da Panzerband rumwinde oder irgendwas. Keine Ahnung. Muss ich mir was einfallen lassen. Ja. Achso, nicht dafür denke ich heizig. Ich fahr 20. Das sieht noch mit der Kamera so aus. Ja, also alles gut. Ich fahr echt langsam. Mit einem Verkehrshindernis. Ja, äh, ich möchte mich natürlich erstmal noch einmal recht jetzt bei allen neuen Abonnenten bedanken. Und auch die alten, die meinen, auch die neuen und alten, die meinen, die Vögel so toll ertragen. Immer noch. Ja, äh, die, die den Kanal verlassen haben, gut. Äh, die passen auch nicht zu unserer Community, denke ich mal. Äh, und besser weg. Ja, dann, äh, nochmal recht herzlichen Dank für die, für die, äh, Hilfe zur Motorbike. Ähm, und dann hab ich noch was. Äh, die Leute, die mir E-Mails schreiben und ich antworte darauf, teilweise kommen die E-Mails zurück. Ähm, da müsst ihr mal gucken, ich weiß ja nicht genau. Ich glaub Peter war dein Name. Und, äh, ich hab versucht zurückzuschrieben. Du wolltest am 8. Dezember noch kein Land oder sowas und dann irgendwie nach Kampot kommen. Ähm, guck mal deinen Postpartner an. Weil, weil irgendwie, weder ist das voll, aber eigentlich ist Google Mail nie voll. Oder du hast mir eine falsche E-Mail gegeben oder mir das falsche E-Mail geschickt. Keine Ahnung. Funktioniert auch jedenfalls nicht. Ich wollte dir eigentlich meine Telefonnummer rübergeben, dass du mich denn hier telefonisch erreichen kannst. Und, ja, versuch das nochmal irgendwie mit einer anderen Mailadresse. Ähm, dann schreib ich dir auf jeden Fall meine Telefonnummer auf. Okay, hoffe du hast das noch bevor du abfließt. Ja, könnt ihr da sehen, hinter dieser Wand soll mal wieder eine Stadt in der Stadt entstehen. Ja, natürlich von den Chinesen erbaut. Ja, natürlich von den Chinesen erbaut. Ja, das kann ich nicht sagen. Ich werde das Ganze dann eventuell nachvertonen. Aber es ist eh nicht viel zu sehen, außer die Straße jetzt. Und, dass da hinten sich ein Gewitter zusammenbraut. Und ich hoffe, dass das irgendwo hinzieht, aber nicht über mich wegzieht. So, und weiter geht's erstmal. Seahorse Resort. Rich Swimmingpool. und weiter geht's auch mal los. Ja. Ach, Dein? Schw Contin suis tamin Perfection. Hier hat es mir auch warmelt. Green Properties, ja, das wird die Stadt, in der Stadt. Ein paar Gehewege sind ja schon gebaut, Schotter, Asphalt, abgesteckt haben sie auch schon was, aber ich denke mal, die werden das nicht unbedingt zu Ende bauen. Ich hoffe, ihr seht die dunklen Wolken dahinten, ich weiß nicht, ob das so richtig erkennbar ist. Ich weiß auch nicht, warum mein Bauchgurt so miserabel hier rumhängt, egal, das Licht am dicken Bauch. Jetzt ist es gut. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich glaube, ich muss mal mit dem Gabbana sprechen, vom Kampottsch. Die Straßen sind hier unter aller Sau. Das laute Moped macht mich auch nicht gerade happy. Ich vermisse meine PCX aus Thailand so ein bisschen. Aber die kann ich ja nicht mit rüber nennen. Die werden gleich erstmal 100.000 Watt mehr bezahlen müssen. Weil die haben hier rund 150 Prozent Tax auf die Sachen drauf. Das kann dann schon ein bisschen in den Skate gehen. Natürlich auf Neupreis. Aua! Jetzt sind wir am Beach angekommen. Schon mal. Letztes Mal sind wir den ja nur mit dem Tuk-Tuk beim Wasserfestival. Ich weiß gar nicht, wie weit wir da gefahren sind, aber nicht so weit. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht. Ja, wenn ich da so rüber gucke, ist das ja alles noch in Ordnung mit dem Wetter, aber hinter mir, da braut sich ganz schön was zusammen. Ich hoffe, das zieht in die andere Richtung, aber momentan sieht das so aus, wenn das einfach nur da stehen bleibt, das Ganze. Also schnell weiter. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Die Marine, habe ich gerade gesehen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Jetzt muss ich mal sehen, dass ich jetzt noch trockenen Fußes nach Hause komme Und dann werde ich dieses Video noch fertig basteln und auch hochladen Ihr werdet wahrscheinlich, oder einige von euch oder auch nicht, das erste Video, was hier heute schon hochgeladen wurde, ging natürlich an die, ging nicht an euch, das ging an die anderen, ihr wisst schon wen, ne? Gut, wollte ich noch mal gesagt haben Aber schon schön, ne? Aber die Wolken stören mich so ein bisschen Okay, ich gebe mal Gas, dass ich nach Hause komme Schauen wir mal Helmkamera wird heute nicht ausprobiert, keine Zeitdür Ja, ich gebe mal Ja, ich gebe mal Untertitelung des ZDF, 2020 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 ja gucken wir mal auf jeden fall motorbike ja durchgehalten das einzige was mich nervt ist dieses geklappert an dieser kiste das liegt aber an der verkleidung die da so klappert weil da ist irgendwie alles weggebrochen und teilweise rausgebrochen und hält nicht mehr und naja gut kommt zeit kommt fahrrad ok tschüssikowski euer tom